Willkommen zu einer neuen weiteren Runde, zur dritten Runde, dieses Mal mit dem da. Dem? Baaam. Und eventuell Nifa. Äh. Es kommt doch vor allem, ob wir jetzt eine Runde schon mal machen sollen. Ich weiß nicht. Mach doch eine kleine Runde, mach doch diese, die geht ja schnell. Schon eine kleine Runde? Klein, quick, ja okay. Machen wir Haare. Warte mal, lassen wir mal hier. Oh Gott. Wollen die da stoppen gehen? Was ist so? Ja, Aufnahme starten. So, damit die Zuschauer hier meinen wunderschönen Desktop-Hintergrund sehen. Das erste Mal diese Mods mit... Ding ins Creshen. Online-Modus. So ein Random. So ein Random, der da unten. Ich geh da hin. Ich rush den Bot einfach weg, warte. Ja. Ja doch, ich rush den Bot weg. Als GLA. Mhm. Okay. Überprüfe deine WhatsApp-Nachrichten. Nein! Überprüfe bitte deine WhatsApp. Äh... Was soll ich denn überprüfen? Gar nichts. Machen da Spiegel oder was? Wie geil, ja. Natürlich. Ja. Jetzt nimmt er dieses dreckige Hellblau ein. Oder alles random. Ach so, die Bots meinst du? Ja. Keine Ahnung. Kannst du random machen, mir ist das egal. Aber... Ja, ich glaube, dann können wir mal. Ich will... Irgendjahm jetzt mal China, weil China hab ich noch gar nicht gehabt. Mal gucken so. Oh. Ich hätte die GLA von nur ein einziges Mal. Ich hab auch bei... USA... Welcher von den dreien? Ja. Ich glaube sogar Stealth. Aber da war halt irgendwie... Hat Stealth jetzt die Chance, seine Gebäude zu tarn, ja oder nein? Ne... Ich weiß nicht, ob ich mich auf die Safe genommen hab, aber das sah Safe aus, also dachte ich immer Safe. Aua, kannst du auch starten? Mach doch, ich stehe da. Countdown, stoppt, Countdown, stoppt. Jetzt instant gleich Mismatch. Bam. Jetzt hab ich Dr. Frex genommen auszusehen. Der hat mich direkt scannt. Kleiner Bastard. Der hat mich auch schon. Mann, ey. Äh, ich kann jetzt schon Minen machen? Ja. Echt, das ging schon immer? Ja. Als ob. Ja. Ja, laber nicht. Ne, doch. Also... Also ja, ging schon immer. Ähm. Bildung. Hm? Wieso bin ich Cyborg... Äh, Cyborg-General und... äh, Soldaten-Infanterie-General und habe nur Scheiß-Soldaten? Ja. Wir stehen zusammen! Lass uns ein paar Gäste holen. Bildung. Bildung. Wir stehen zusammen! Bildung. Bildung. Ah, soviel zu dem Thema, ich rush mal. Wir stehen ein paar Gäste. Wir stehen ein paar Gäste. Wir stehen ein paar Gäste. Bildung. Wer ist Air Force? Der Rote? Ist das unser Air Force? Das ist mein Random Man, weiß noch nicht. Nee, das ist kein Air Force. Mann, Verwirrung! Rush, Rush! Mount Rushmore. Oha, L.A. ist an der Attack. Oha, L.A. ist an der Attack. Ich habe jetzt schon hier so einen Scheiß mit, äh, äh, Overlords-Türme. Seit wann hat der Infanterie-General dies gehabt? Overlords. Ja, das ist noch nicht so wirklich alles fertig. Also irgendwie scheint mir, ähm, Dingenskirchen als einziger richtig fertig zu sein in den USA, so ein bisschen. Bisschen, ja. Aber bei GLA und China lagst du richtig harte. Ja, da merkt man das noch gar nicht. Oh, ich habe China, aber welchen China habe ich? Das ist egal, ich rush den jetzt. Oh, cool. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Ranger an der Basis habe. Ja! Schneusystem ist sicher. Die Instruktion nennt sich primitiv. Bildung. BAM! 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 Die Freiheit wird stärker geworden. Wir werden durch ihre Armut verabschieden. Wir werden durch ihre Armut verabschieden. Wir werden durch ihre Armut verabschieden. Wir haben ein Waffen-Division verabschiedet. Die Kinos-Division. Wir werden durch ihre Armut verabschieden. Wann ist die Abfahrt? Ja gut, dann macht der Infanterien-General noch kaum Sinn. Gut, dass ich das jetzt weiß. Internet-Center ist immer noch auf 1 limitiert, oder was? Ne, ne, das gibt mir 80. Okay. Place hackers in the Internet-Center to increase money. Ja gut, dass ich noch keine Hacker bauen kann. Alles klar, Overlord. Seems legit. Wie machen wir hier nochmal die Genskirchen? Bewachen? Geht das ihm nochmal? Ich hier nicht. Alter. Hat das gerade Schaden gemacht, ey. Okay, ich brauche... Okay, ich kann noch einen Hacker-Center bauen. Wow. Was macht der denn? Mit dem Austesten. Mega-Armour hat er gemacht? Alter. Dragon-Tanks habe ich bisher irgendwie voll scheiße im Kopf. Kann ich Feuerstürme machen? Ja, ne? Weiß er, ne? Ich stelle es mal aus. Servus. Ja, hast du vor der Stärkung? Ne, irgendwie kommt kein Feuersturm. Oder eine Rakete wurde abgewehrt. Easy peasy. So. Ich vergesse in dem Spiel immer, die Gebäude zu reparieren, weil ich dachte, das machst du mit Bulldozer nur. Das ist richtig heftig. Habe ich bisher immer vergessen. Das ist doch total trash. WTF, wieso sind da nur Red Guards drin und keine Tank Hunters? Wo? In den Astral-Troop-Crawler. Ja, da waren schon immer nur Dings drin. Ja, normalerweise ist da Mini-Gunner drin, aber die sind auch ein bisschen besser. Nein, da sind noch vier Mini-Gunner und vier Dings drin, oder? Gewesen. Tank Hunter. Nein. Immer acht. Ja, vier und vier sind doch acht, du Spaß. Nein. Acht von einer Einheit. Ah. Sie kennen mich mit Originalstunden und Null aus. Das eine Mal habe ich mich auch voll vertan. Im ersten Video habe ich noch gesagt, so seit wann können fucking Tank Hunter nach oben schießen? Ja. Konnten sie doch. Ich habe das jetzt mit Contra verwechselt, wo sie es nicht können. Warum sieht der eigentlich mal den Minen? Der hat doch gar keine Staff Detection. Türme. Ah ne, die Drohne da. Der hat keine Türme da. Ah, cool, die Drohne da. Das ist ja juf. Ich weiß ja, hier soll daten ab. Das ist ja auch ein Pickel, so daten in der Basis, ne? Ja, Mann. Jibiii. Jip. Wie viel kostet das 10? All, ganz ehrlich, USA hat übelste Stromprobleme, China 0. Ja, das Problem ist, dass man hier noch keine Dings abmachen kann. Keine Brennstäbe. Genau. Kann die jeden Feuerstuhl machen? Ja oder nein? Okay, muss man nur noch ein bisschen mehr testen. Junge, mach mir Bauradius, Mensch. Der Spionage-Satellit geht einfach über die kompletten Screen. Hm. Siehst du mal, das ist wie zu niedrig. Wir sind auf der Arm. Let's starten. Ich mag die große Stimme. Ich weiß nicht, ob das schon funktioniert. Nö, ich test es gleich mal aus. Hast du bis jetzt noch China gar nicht gespielt? Doch, aber dafür hat mich der Bot geruscht, weil ich den Code aus dem Dasch jetzt hab. Da hat sich der Bot geruscht. Ja, das ist ja die erste Runde, die ich gespielt hab, deswegen. Ich nehme noch irgendwo einen Arbeiter. Use your forces and increase your fighting speed. Ah, geht immer rein. Also heilen tun sich die Einheiten? Ja. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt wirklich schneller schießen. Das Problem ist, du siehst das auch leider nicht. Ja, das sieht man bei der Waffenfabrik aber auch nicht. Was? Dass die, also, dass dann... Ach, keine Ahnung. Da sieht man auch nicht wirklich, dass sich die Einheiten heilen. Sag mal, hast du die Bots auf dem Mittel oder auf leicht gemacht? Die sind auch schwer. The fuck? Die hört auf hart, ja. Weil die Bots brauchen, glaube ich, immer... Die Bots, ich glaube, die brauchen immer... What the fuck? Okay. Haben die gerade alle gleichzeitig geschossen? Ja. Ich denke, wir nicht den Kampf. Geil. Sag mal, wie upgradet man die GLA-Einheiten? Ist das random? Also nicht. Weil es gibt ja keine Trümmer in dem Spiel. Weil der eine Maraudeur hat jetzt einen Doppelgeschütz. Wie hat er den bekommen? Keine Ahnung. Ja, Baum, ich denke, das ist sehr einfach. Wieso verlierst du denn jetzt an den Kampf? Ja, weißt du nicht. Oh, schön. Zu einfach. So, jetzt muss ich aber... Also, wenn ich jetzt keinen Feuersturm entzündet, dann geht es wirklich gar nicht. Nein, es gibt noch gar keine... Oh, der hat ein Paedis. Es gibt noch gar keine Feuerstürme im Spiel, schade. Der hat noch ein Paedis-Hilfe. Der, hier, unser Roter. Der ist ein mittlerer Bot. Okay, ich kann nur zwei Internet-Center bauen. Ich habe noch keinen Radar. Ist auch gar nicht aufgefallen. Ich habe zwei Punkte, ja, mein. General's Promotion. Äh. Dann mache ich jetzt mal einen auf dem Klärgeneral. Weil irgendwie habe ich ja alles. Sie können nicht nachher da, Mann. Sie können nicht nachher von mir. Oh, da kommt noch was Schönes. Hey, Junge, jetzt musst du... Jetzt musst du nicht abhauen, jetzt kannst du ruhig hierbleiben. Aber was ist die Entfernung, wenn ich da? Nö, aber die können keine Feuerstürme machen. Echt? Zeig mal. Ich will einfach nur zeigen, dass ihr alle auf einem Punkt hießen. Ja, passiert nicht. Ah, es sieht aber gar nicht so perspektivisch cool aus. Das ist doch ein bisschen wenig davon. Ja, die hört sich richtig... Ja, als ob die auch durch ein Kissen schießen. Hm. Ja, der Bot hat aber in der Mitte. Er ist unter Kontrolle, so, ne? Der rote. Hm. Das könnte daran liegen, dass der linke tot ist. Ja. Weiß ich, was du meinst. Der lebt doch noch, hä? Ah, wenn die... Wenn die ein Level abbekommen, dann werden die... Dann kriegen die das auch. Ja, stupid. Müssen auch noch ändern. Unit promoted. Jetzt kann ich, ob das so gut geht. Ich nicht, darf ich noch was ändern. Ich bereite mich gleich darauf vor, die Mitte einfach einzunehmen. Die wird gleich einfach mir. Leu. Leu. Aber ich bin wohl... Alter, die du klärgeschützt hier machen Laune. Ja. So, die Frage, wie weit können die schießen. Okay, leider war nicht so weit, oder? Alter, der Bot will in der Mitte bauen. Ich glaube, das finde ich nicht so cool. Ich glaube, da muss ich gleich mal kurz... BAM! Man, das hat so eine kleine Verzögerung. Wie geil. Ich wusste gar nicht, dass die Missile Defender irgendwie so eine Fähigkeit haben, dass sie so weit schießen können. Ich glaube, da muss ich nicht so weit schießen können. Ich mache jetzt mal den... ...Stunde Null. Push. Stunde Null. Push. Mhm. Stunde Null Taktik. Ah, der will nicht. Der will keinen Kick haben. Haha, er will krank nach Krieg. Au. BAM! Alter! Okay, das ist eine fucking geile Einheit. Die macht echt Lorne. Nein, meine ganzen... Dass die so eine Verzögerung haben, ist irgendwie cooler. Ach, du Scheiße. Eine Overlord abzugrainen, das ist heute ewig. Muss man immer erwarten, bis sie so eine scheiß Fähigkeit wieder bereit ist. Äh. Was denn? Wo? Beacon. Raketen-Buggies, wieso? Die bei der nicht unsichtbar? Ich seh' die. Bei mir sind sie unsichtbar. Hahaha. Hä? Noob. Hä, meine Stingersteilung ist ja auch unsichtbar. Haha, also ich seh' die. Was war das für ein Mist? Null. Jetzt muss ich denen... ...Nummern geben, damit ich weiß, wo die sind. Hahaha. Hahaha. Ja, nö. Dafür moche ich den Bot jetzt. Tadadadadadadada. Hallo? Oh' so. Hat Nifih schon alles runtergeladen? Ich denke mal schon, ne? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Jetzt sehe ich nichts mehr. Was habe ich denn gemacht? Dein Rechner ist so schlecht, der packt das Geld nicht. Ich habe irgendwas... Ja, okay. Finde ich geil, dass man die mit Dings, mit F einpacken und auspacken kann. Oh nein, die Rack-Buggers sind hier real oder was? Oh nein, die sind wirklich real. Au. Vom Infanterie-General zum Nuclear-General mutiert. Diese Bunker halten extrem viel aus. Das ist aber nicht so cool. Was? Das ist aber nicht so cool. Der macht nicht so viel Schaden, oder? Das ist aber auch gar nicht cool. Ich zeige dir mal, wie jemand Schaden macht. Das ist aber nicht so cool. Du musst ja übel schnell gucken. Hier kommt ja übel schnell runter. Fast vergessen. Ja. Oh! Oh! Okay, ich glaube, die Atom-Arcade ist, glaube ich, das stärkste Ding bisher. Ja. Ich bin schon gerade abgestürzt. Also, ich bin drin. Ich habe ein Standbild. Also, ja. Also, ja. Ich habe auch ein Standbild, ja. Aber ich habe auch kein... Doch, die Musik höre ich noch. Das war zu viel, was? Die Atom-Arcade. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Eigentlich ist die Kommand... Die Kommandzentrale lädt noch. Laber dich. Ja, mit einem HP. Die wollte ich eigentlich gerade angreifen. Und dann darf sich mein Speer... ...gestandbild. Ich glaube, tatsächlich, das war es mit dem Spiel. Es ist einfach abgestürzt. Hä? Wie kann so ein Fehler existieren? Das ganze Spiel ist einfach festgefunden. Es passiert einfach nichts. Wie kann sowas sein, Alter? Ja. Normalerweise muss doch jetzt... ...die Verbindungsproblem-Fehler-Bildschirm kommen. Und dann musst du jemand rausfliegen. Hä? Ist dein... Ist dein Cursor noch normal? Ja. Okay. Meiner ändert sich nämlich nicht. Das ist bei mir alles normal. Ja, Baum. Erst hast du mich ausgelacht, dass ich die ganzen 1000 Fehler kriege, ich die scheiß Mod nicht gestartet kriege. Jetzt läuft das Spiel wenigstens bei mir. Ja, bei mir hat es davon auch gelaufen. Ja, okay. Taskmerger, komm her. Ja, mal gucken, ob es bei mir dann weitergeht. Alter, ich habe 91.000 WTF. Okay, jetzt kommt Disconnect-Menü. Hä? Wow. Hä? The Baum ist now offline. Das wisperst du mir zu, also flüsterst du mir zu, dass du offline bist. Cool. Ah, okay. Okay, ja, okay. So, na, gibt's dann. Ja, gut. Ratman kann ich dann in der Sinne auch rausmachen? Remakes hat auch nicht so gut geklappt. Teilweise online. Na? Ging besser jetzt bei anderen. So, falsches auch mal. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt weitergeht, wenn du jetzt raus bist. Okay, jetzt geht's weiter. Cool. Jetzt habe ich da eine Basis. Hä, nicht, was ist denn bei dir so komisch sind zu lernen? Ach, ich schoppe die Aufnahme kurz. Welchen Patch? Auto-Patch? Warte. Was, was, was reden Sie da? Unit Promoted. The Bringer of Light. The beautiful glow. Can you see it, General? Ich feiere das extrem, dass dieser Projektil irgendwie so eine Sekunde Verzögerung hat und dann explodiert. Nee, geil. Wenn die Strahlung jetzt noch schöner aussehen würde. Die können absolut nicht schießen, muss sie echt aufklappen erst. Hä? Okay, das kannte ich tatsächlich noch nicht, nie. Bam! Aber da stand auch irgendwas in der Weekly-Datei darüber. Dull. Habt ihr Probleme? Nein, nein, sind mir nur trotzdem irgendwas gezeigt. Brüste? Nein. Stand in der Rhythmie drin. Oh Mann, mach die Grütze weg hier. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was ist, wenn ich das hier mache. Ah! Okay, dann kann es auch daran liegen, dass es vielleicht eben so komisch bei mir war. aber das wusste ich noch gar nicht, dass das Spiel nur auf 4 GB RAM zugreift. Ha! Lol! Hast du den Patch nicht, diesen 4 GB Patch? Ja. Lol. Ja, ich kannte das vorher noch gar nicht. Deswegen ist dein Spiel auch bei der Nuklea-Explosion gecrasht. Das war wirklich zu viel für dein Spiel. Ja. Warte mal. Ich habe Tiberium Wars dann auch gleich mit hochgehauen. Keine Ahnung warum, aber... Ja, ich kriege alles mit hochhauen, mein Gott. Vielleicht wird das Spiel dadurch irgendwie flüssiger. Keine Ahnung. Äh... Ja, alles geschlossen. Das ist vielleicht ein Hinweis für die Zuschauer, dass sie den 40 GB Patch aufbauen. Ja, das war jetzt so... Es war natürlich für die Zuschauer, dass sie sich das holen. War das 40 GB oder 4? 4. 4. 40. Ja, das war schon ziemlich hoch. 40 wäre ein bisschen übertrieben. Baum, Baum hat einfach so einen roten Disconnect-Symbol da. So. Ja, okay, danke, Nefer. Dann war es ja doch... Dann lag das ja doch nicht an den... Am Spiel, sondern an Baum. Naja, eigentlich ja schon am Spiel, weil die das so drauf probiert haben, dass es nur 4 GB war jetzt... Aber ich war jetzt... 24 Minuten nur gespielt, ja, es reicht für noch eine Runde, ab geht's. Ja, mein Gott. Baum, komm online. Bin auch online. Ja, jetzt. Mach Lobby auf. Nefer, hast du ja jetzt auch? Äh, wie gut kann Nefer das Game jetzt hier? Also, die Mod? Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, das erste Mal das hier spielt. Also, harter Bot erstmal nur. Ja. Weil, für uns hätte ich jetzt das brutal. Mal ausprobieren, wer das so ist. Habe ich noch nie probiert, mal schauen. ist okay, Nefer. Wie kann er das überhaupt so machen? Ah, okay. 50 Mal gejoint. Und immer dabei am Joint geraucht. Okay, ähm, will ich nochmal GLA spielen? Ich meine, nochmal rushen mit GLA. Klingt funny, ne? Wie baut China eigentlich? Baut China wie die Alliierten? Die Alliierten? Ich hab gesagt, maybe. Maybe next time. Darf ich mich nicht platzieren? Jetzt. Ich kann mich nicht platzieren. Wieso bin ich jetzt in der Mitte? Weiß ich doch nicht. Also, jetzt ist Nefer in der Mitte. Mann! Warte mal, ist ja jetzt ein schwerer Bot, ne? Ein brutaler Bot. Vielleicht kann ich den nicht rushen. I don't know. Ist halt die Frage, wie der abgeht. Ja, direkt am Anfang von Simmel und Infantristen. Ja, das passt schon. Drei, ist doch zwei Kasernen baut. Mann! Soll doch was zu ändern. Äh, Baum ist GLA. GLA, warte, ich kann eigentlich Maschinen ausprobieren. Ja, ja, okay, na, Moment. Jetzt nehmt ihr beide China. Ne, jetzt sind Baum wieder USA. Jetzt ist halt wieder China. Oh, Mann. Diese Verwirrung hier im Rente. Also, Laser kenne ich ja schon. Also muss ich jetzt entweder Granger oder Alexander spielen. Ich will Granger sehen. Hat er, ich glaube, King Raptor, ich weiß nicht, gibt's die schon? Weiß noch nicht. Deswegen ja, nimm mal Granger. Tja, wie war er jetzt bewachen nochmal? Geht das überhaupt in das Spiel? Nein. Das ging nicht in den? Nur Generals hatte das. ganz defensiv Stellung stellen, ja. Was nehmen wir denn? Ja, dann ist das übelst fucking scheiße, Alter, mit Granger zu verteidigen. Ja. Ich kann nicht. Ah, noch Guard Stands. Alte S. Ähm, alte 4. Was? How Game? Heißt das, wie funktioniert das Spiel? Auf Niefisch. Ja. Okay, jetzt habe ich übelst Angst so, jetzt brauche ich erstmal irgendwie aus Panik 1000 Einheiten. Warum? Hast du nie auf Schwer gespielt, oder was? Ich habe noch nie auf Botei gespielt, Schwer gesagt, ne? Schau mal meine Videos an, du Spastiker. Dann siehst du, hast du schon auf Hard gespielt. Ja, ich weiß, aber Hard ist halt für Naps. Ist für Leute, nix können. Was ist die Mission, Sir? Ja, wie sagst du dann, der in der vorigen Runde gegen Hard gekämpft? Ja, aber du hast eingestellt, das kann mich ja nicht gegen so einen alten Knacker werden. jetzt bin ich so, jetzt bin ich Dingenskirchen hier. Jetzt bin ich ja Granger, das heißt, ich nehme den Tantkappenbomber am Anfang. Eigentlich hast du den ja, frei. Ja, eigentlich ja, aber irgendwie auch nicht. Aber irgendwie ist das Spiel scheiße. Ich will ein Lieferungsgericht, ich will ein Missilebauter, vor allem sowieso, dass ich hier dieselben Teilnahme Laserpaladin, Paladin, hä, mit Granger? Jetzt, jetzt ist das Spiel, ich will bei mir stehen geblieben. Ja. Woher war Niefer? Niefer ist gecrasht. Mann. Das ist wie bei Remix, Alter. Wie bei Remix, ist es bock doch nicht, Mann. What a feeling, Baum. It's never be so easy. Sie können auch nicht einfach mal Chilic am Abend zusammenkommen und starten und dann einfach funktionieren lassen, oder? Nein, es kann nicht sein. Ich kann jetzt bitte mein scheiß Fahrzeug hier hin. Ich will es übrigens nie für Sachen bekommen. Ja und? Kein Bock jetzt da zwei Basen zu machen. Warum bekommst du die dann? Weil ich der Host bin. Ja, das schuckt mich doch nicht. Jetzt du, jetzt du, jetzt du, jetzt du, jetzt du, ich nehm die an, ich nehm die an, ne, ich nehm die an, ich nehm die an. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich GLA-Fahrzeuge? Ich werde dich einfach einnehmen. Ey! Ein Sammler! Das ist die scheiß Billigkraftwerke von Dingenskirchen. Ah, das wurde gefixt. Schade. Wieso? Wo fährt mein scheiß Sammler hin? Ja, das habe ich auch schon gefragt. Die machen irgendwie ihr eigenes Ding. Und die leben irgendwie auf eigenen Aktivitäten. Jetzt habe ich auch nie fürs Geld bekommen, ey. Ja, geil. Der Mann, die King am Schatten. Ey, da oben, hör auf, da, auf, da, auf, oh Gott, hör auf damit. Es gibt übrigens noch keine King Raptor. Lame, es war. Räptor Van der Storam. Ich frage ich mich halt, warum bin ich dann jetzt Granger, wenn er doch nichts anderes hat, als Lasergeneral. Ich habe keine Energie. Ja. Alli ist unter einer Tafel. Ich habe meinen Missile Launcher gerade hier. Ja? Geh auf. Nein, Getty Tanks fährt doch noch nicht hin. Ich will etwas abbewerben. Ich habe meinen Missile Launcher gerade hier. Ich habe meinen Missile Launcher gerade hier. Trotzdem bin ich jetzt Granger und ich verhalte mich auch als Granger ab. Geht's. Ich habe meinen Missile Launcher gerade hier. Bunker Buster. Ich frage mich ja, wie die aussehen hier in dem Spiel. In der Mod. Bunker Buster. Oder Buster Bunker. Buster Bunker Buster. Buster Buster Buster. Diese Amadillo Teile können ja sowas schießen. Amadillo gesagt. Amadillo? Ja. Genau. Das darf man doch nicht sein. Das ist illegal, Mann. Ich liebe es mal. Du spielst. Die COD ist sauillegal. Hä? Nein. Ich bin volljährig. Mittlerweile. Ja. Äh. Was baue ich hier? Keine Ahnung. Ich baue das hier noch. Oh, warte mal. Kann ich einen Big Brainer machen? Dazu brauchst du erstmal einen Big Brain. Ich weiß nicht, ob das das bigste Brain, was es gibt, habe ich eigentlich. So. Keine Abgesprungen. Es ist ja langweilig. Er braucht Geld. Obwohl, brauche ich eigentlich nicht, aber ja. Taubmissels. Es geht tatsächlich... Nein! Was probierst du da? Eine sehr langweilige Strat und meine Helix immer ordentlich arbeiten würden. Mhm. Zack. Oh, f***. Das wollte ich nicht. Check out on your Toe-Missile! Keine Ahnung, wieso ich da einfach null Bau-Radios habe. So, da kennst du ja DKI von den Bots, ne? Nee, nicht ganz. Wieso? Okay, auf Portal verkaufen jedes Gebäude, wo ein Ingenieur in der Nähe dran ist. Das war aber schon immer so. Ja, aber jetzt habe ich Ingenieure in Helix. Und wenn die Bots jetzt richtig dumm sind. Okay, aber es hat nicht funktioniert, weil ich hätte nichts lange gebrauchen. Heißt, Botswetter, Overlords. Oh Gott. Ist diese Humbis jetzt so komisch fahren durch die Red Aller 3? Oh Gott. Naja, aber kannst du nicht so cool parryen. Oh Gott. Nicht so schnell überfahren. Der ist tot. Alter. Der war RIP. Da kommt ein Arzt-Rippel-Schuss. Okay. Ich bin fucking General Towns. Äh, Granger. Wo ist der Arzt-Rippel-Schuss? Wo ist der Arzt-Rippel-Schuss? Äh, machen wir mal das. Die Energie ist natürlich mal wieder gleich weg. Die leben noch, die leben auch noch. Wo fährst du hin? Gittling-Panzer, Mann! Geht die Arzt-Rippel-Schuss? Guck, hier einmal auf, wenn du ein bisschen nah zu sein. Okay, schade, dass die, ähm, Comanxys noch keine Raketenabwehr-Scheiße haben. Kommen der Measures. Ja. Ich bin noch ein bisschen durch. Unit Promoted. Hm, 1, 2, 3. Macht gerade mal sogar gar nicht mal so ziemlich Laune so als Stranger. Ah, das Kraftwerk bringt auch Bauradios. Okay, das finde ich toll. Und die Firebase kostet immer noch keinen Strom. Das finde ich auch sehr gut. So wie damals. Das ist nicht so gut. Das ist der Grün, der ist direkt vor meiner Nahrung, also das ist gut. Hat der Grüne an Atomarkette geworben. Mhm. Okay, jetzt brauche ich den AC den ersten Strike, weil ich fucking Ranger bin. Die Strategie zählt, darum dauert 100 Jahre das zu bauen. Schau mal an. Bühne. Ich habe meinen Missilelauncher direkt auf. Vielleicht müsste ich auch mal ein bisschen warten. Ah ne, jetzt habe ich ja da keinen Platz mehr drauf. Scheiße. Ich brauche mehr Flugfelder, man! Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Wenn ich einfach nicht warten will, habe ich das einfach hier anzelt. Ich habe immer Gatling Turm, Propaganda Turm gemacht. Immer abwechselnd. Mhm. Aber wenn ich kein Bock habe zu warten. Okay, dann mal alle rein, Leute. Wir sind bereit für die Diät. Wir sind bereit für die Diät. Die Nukleare Silo detectiv. Wir scrollen dir in der Takt. Beastie. Beastie. Das bedeutet ja nicht, dass das die Atomarkette auf dich gehen muss. Bereit für die Kropotmission. Die Konstruktion ist komplett. Die Komposite Armower. Ja doch, die mache ich zum Schluss. Bereit für die Kropotmission. Bereit für die Kropotmission. Hast du schon gewusst, dass man die Partikel-Karone auch lenken kann? Ja, natürlich. Gut, ich nicht. Das habe ich dann bei Tracks gesehen. Oh Gott, ihr seid jetzt mal sieben, ganz provisorisch. Los! Okay, ich gucke mal ganz kurz, was ist denn hier so eine Sache? Ja, ich gucke mal. Geht sie in der neuen A.O. Was war denn der Mist hier? Sie haben die Grundsicherung, gehen sie in der neuen A.O. Verwärts klar. Scheiß Zahnkappenbomber. Äh, äh, Dingenskirchen. Gatling, Gatling, Schütze. Lagen hoch. Gib ihnen eine Erschung. Richtig, Rheiden, Rheiden, Rheiden! Rheiden, Rheiden, Rheiden! Nuklear Missile Silo Detekted Äh, er fehlt Äh, da ist er Ach, da hat der Schussbeginn auf mich Die Tarnkappen, warum er wirklich getarnt sind? Ja, sind sie Das ist geil Junge, wie viel Wie schnell, ey, die scheiß Gatling-Geschütze immer wieder aufbaut Was sollten sie eigentlich schaffen, oder? Äh, schafft sie Ach ja, ich vergesse mal, dass Gatling-Geschütze über die ganze Map schießen können Ja, klar Ist doch voll übertrieben mit dem Das sagen, als ob er immer noch Geld in der Gatling Weg da, mal, verpiss dich Ja, klar, hätte wieder Energie, ja klar Ja, das sind doch King Raptor, oder? Ne, ach so Ne, das sind immer die normalen Die haben nur vier Raketen Ja, bei dem Schatten sahen die gerade eben so aus, deswegen Wieso habe ich so viel übelst Geld? Ich habe nicht mal eine Abrufzone, keine einzige Ich habe keine Ahnung, wie viele Raptor ich brauche, um ein Kraftwerk zu zerstören Oh, gar nicht mal so viel Lass mich raten, ich kriege den aufs Maul Nein, geht zu mir hin So, weißt du das? Durch die Zahns Nein, ich habe es abgekriegt Echt jetzt? Das hörst du nicht mehr Du hörst das global über den ganzen Map Ach so Na dann Huren Tochter Jetzt habe ich meine ganzen Links verloren, oder was? Alter Der Sound Meine Mapfabrik ist auch weg Fick dich, Alter Ne, warte mal, ist doch deine Nuke jetzt Ich kann nur ein Gebäude bauen, das nervt so Ich brauche eine zweite, guck mal eine Zentrale Das nervt irgendwie schon hart Dazu brauche ich erstmal eine Waffenfabrik, die zerstört wurde Ich brauche wieder neue Raptor Ranger for the win Wie viel Energie habe ich? Nicht so viel Okay, äh, das da Lass mich raten, mein scheiß Strategiezentrum ist auch wieder zerstört worden Ja klar Ich habe Feuern Oh, hast du denn hier geballert? Rot-Grün? Mhm Wie er mir nachmacht mit der Notreparatur Ich kriege wahrscheinlich gleich eh noch ein Atomraketer auf die Fresse Gut, dass der Bullloser gar nichts macht Der bleibt, der ist einfach festgehangen Ne, hä, jetzt geht er weiter Was, hast du da, hast du da gerade eine Gewanderzentrale? Ich baue eine Gewanderzentrale, jetzt, ja Er war irgendwie gerade festgestockt, kurz Hm, was ist denn hier für ein Müll? Junge, wie viel hat, äh, fucking Gatling-Geschütze will er noch da bauen? Ja, hier kriege ich wieder ab, lass mich raten Ne, ich Oh, wow Nix Strom Kein Strom mehr Äh Was macht da, was zum Fick macht da ein Humvee von mir? Junge, Jim, reporten Hä? Über dein Gebäude da unten ist ein Humvee Und das war eigentlich das Basis Aber ich merke irgendwie nix davon, dass die Bunkerbuster haben Ne, das ist, glaube ich, auch nur für Kobolde klären Ja, aber die Bunkerbuster müsstest du ja trotzdem sehen Vorhin sind Explosionen Ja, deswegen war nicht ja nur für Kobolde klären Das ist halt nur Das gleiche wie mit den Blendgranaten Ja, das ist klar Damit kannst du auch dann eigentlich Tunnel eigentlich auch klären GLA-Tunnel Ja Kannst du auch die Einheiten rauspusten Komisch, dass es das bei Contra nicht gibt Ist das nicht bei Contra? Bei Contra haben sie die rausgenommen, schon lange Au, wasserlehm Eigentlich übel ist der Vorteil für Assault, genau Mh Alter, dass es hier kein Bewachung gibt in dem Spiel Bei Red Allard, das ist so schäbig Ich würde ganz gerne die Raptor immer Befehl geben, dass sie automatisch angreifen Geht halt nicht Okay, jetzt baue ich das da Jetzt baue ich das da Jetzt baue ich das da Das da Was war denn G eigentlich? G Es ist wie so ein Pfeil, der irgendwie nach unten zeigt Crush Move Äh, was wird das da bauen? Das ist ein Lächeln Wird das da was? Juhu, Alter, was hat der Pinke denn da für eine Felix-Armee, Alter? Ich brauche immer so viele Weil das sieht gar nicht so gut aus, Baum Ich schiep mir wieder mh, Leute Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüt Die Unschiff, die aufgerufen werden. Hör uns auf. Hör uns auf. Ja, Sir. Geht's auf. Geht's auf. Null. Geht's auf. 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 Wie viel Geld hast du? 2.000? Ich hab die ganze Zeit 82.000. Ja, Sir. Ich verdiene einfach kein Geld. Mein Semmer fährt doch irgendwie so... ...oßen rum. Na gut, dass Co-Menschen noch umschießen können. Wie kann man hier Geld geben? Ich glaub nicht, ne? Ne. Das ist etwas... Der Pink hat irgendwie die ganze Zeit nicht angegriffen. Auf einmal kommt so viel von dem. Ja, das ist irgendwie das Late Game. Ja, warte. Der Pink ist doch der harte sogar, ne? Das ist ja gar nicht der brutale Bot. Ja, deswegen. Das hat mich ja so gewundert, das Ding. Das kam vorunerwartet. Alter, was hier alles rum fliegt, Junge? Lass uns doch mal ein pures Game Metzl jetzt hier, ey. Ey, du hast noch ein Mix gehabt. Ja, wo waren die jetzt zurück? Alter, ich kann da auch nicht hin, Alter, wenn die ganzen tausend Geldgeschütze hier stehen. Ja, die würde ich wegmachen, wenn ich Geld hätte. Ja, die baut er in einem Bruchteil von Sekunde immer wieder auf. Das habe ich schon probiert. Ja, das ist ein Nukleargeschütz. Gerade unten. Kannst du das wegmachen? Das wo? Da ist ein... Ein Nukleargeschütz? Wo denn? Ach so. Ach so. Ey, der Gegner ist ziemlich schlau sogar, wenn er die da aufbauen will. Kannst du was abgucken, Baum, Alter. Alter, er hat doch gar keine Konzentrale mehr, glaub ich, der Pinke, ne? Ne, dein Gegner da. Ja, der hat nichts mehr. Den habe ich weggemacht. Nein, der hat nur noch seinen Chef gequält. B ist an Bord. Ich wollte die Nuklear-Kanone dafür. Die Bandikel-Kanone hat das gleiche Ding von dem Satelliten von Russland. Ja. Habe ich gerade richtig, wenn ich das richtig gehört habe. Wusstest du noch nicht? Ne, ich habe es jetzt erst gehört. Ich hörte das erste Mal, dass ich die jetzt lenke. So. Wenn du die lenkst, hörst du das? Ja. Ja. Ich musste wirklich platzieren. Wer? Den Nuklear-Kanone. Wenn du den Nuklear-Kanone schützt musst du ja, sonst schießt sie nicht. Ah, nein! Nein! Ich fliege immer in den Tod, wenn sie da zu weit noch fliegen sind. Äh, hier, Dingskirchen. Position halten. Die kriege ich selber aus dem Maul. Nein, die kriege ich selber aus dem Maul. Schon wieder? Nein. Keine Energie mehr. Ah, fuck. Grün erstmal wegmachen. Ist das seine gewesen? Das war meiner, ja. Das war meiner, ja. Alter, ey. Ich hasse es, wenn ich kein Radar hab, man. Danke, dass ihr in die Gatling-Geschütze reinfahrt. Jetzt hab ich nochmal zwei Bomben. Wie ein Baum richtig ruhig wird, wenn er so am... kurz vorm Tod ist. Ja, was soll ich denn machen? Ey, jetzt hab unten schon wieder ein Zeitmaul. Lustig sein. Lass uns alle lustig sein, du da. Flugfeld weg bin ich. Wäre schön, wenn ich mal Energie hätte, damit ich mal was sehe. Ist denn dein Gegner mal tot? Nö, ist er noch nicht. Wieso, ne? Ey, ich warte, bis ich eigentlich mal Strom habe, damit ich mal wieder was sehe. Sonst greife ich ihn nicht an, so dass ich nicht sehe. Kann man ja nicht beschweren. Du kannst ja in meinen Augen sein. Alter, ich kann noch zwei Gebäude bauen, ich mach es nicht. Ich hab ja zwei Z-Zentralen. Ich baue ein Overlord, damit ich ein fucking Vorganger-Turm mehr hab. Hör auf dich zu bewegen! Stellung halten! Dankeschön! Ja, das ist übelst nervig, Alter. Das müsste eigentlich standardigemäß draufstehen. Kannst du machen, wenn du... Ja, dann musst du auch trotzdem jede Waffenfabrik einzeln erstmal anklicken. Ja, aber... Ich glaub, wenn du... Okay, das kannst du nicht machen. Ja. Kann man irgendwie... Ja, gut. Die Frage stelle ich immer mal. Was denn? Ich hab die Frage auch vergessen, ehrlich gesagt. Lab System set. Ja. 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 Wie viel geben die eigentlich? Ach geil, das siehst du gar nicht. Scheiße. Ich glaub du stirbst. Ja. Ja. Wie viel Geld geben denn hier die Versorgungslaster, wenn sie einmal so ein Geld abgeben, weißt du? In einen Nachschublager. Ja. 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 Ja, das ist ziemlich wenig, weil das ist ja auch safe mehr. Weil ich glaube halt, wenn du wirklich die Nachschublager, die geben dir richtig viel Kohle hier. Weil ich hab ja vier die ganze Zeit schon gehabt. Und mein Supply Truck fährt auch irgendwie bei dir da unten links rum, weil die Supply Trucks komplett retarded sind hier in der Mod. Achso, da unten, wo Nifa war, da fahren die hin, weil die von Nifas Ding waren. Ach, das sind die GLA Trucks, ja. Hast du was für mich? Genau. Kannst du da hinfeuern? Ich geh mal nach vorne. Ja, hau mal dein eigenes Nachschublager kaputt. Ich hab das ja nicht mein Nachschublager. Du bist ja garnicht grün. Wie sehe ich denn aus? Sie ist ja auch gefährlich grün. Ja, da kommt was. Nein. Nein. Wadadadadada. Warum? Das Gute, wenn man Flugzeuge hat. Da kann sowas nicht passieren. Ja, da kann aber eine EMP kommen. Naja, probier dir die mal zu treffen, die Flugzeuge. Das hat der Bot schon oft genug gemacht. Ich bin so am Nachgucken, was was macht und auf einmal sich nur meine Flugzeuge sind blau und fliegen nach unten. Oder schwarz, ja. Das ist schwarz. Was macht einer Flugzeuge auf dem Boden, versteh ich nicht. Boah, was ist denn das bei deinem ganzen Gemeinschiff? Oh, der Wurterkreis. Krass. Achso. Das ist ein Aggro heute. Habt ihr schon Angst? Nein, das ist ja dein Booster. Ja. Er regt ja immer noch. Ich habe gerade ein Flugzeug gerade ganz aufgeploppt, ganz kurz. Da habe ich mich gerade ganz schlecht verguckt. Nein. Einheit. Ich weiß, du bist auf Stellung halten, aber könntest du dich trotzdem wehren? Uh, jetzt geschafft. Die Flugzeuge fliegen auch ein bisschen wie Tadet. Ganz ohne Flugzeuge habe ich es geschafft, ja. Tja, probiere das mal bitte ohne Bodenfahrzeuge. Ja. Ach, das ist ja easy. Ja. Ja, siehste, das habe ich, dann, 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 gut, danke für, hast du mir das Kompliment gegeben. Hä? Ja, versuch, du hast mal ohne Bodenfahrzeuge, hast du gerade gesagt, ja, hab ich ja. Ja, ich habe gesagt, it's ja easy. Hä? Ja, schau dir das Video nochmal Revue an, bitte. Oh Mann, mach doch das scheiß Ding kaputt, ich kriege wieder die Schnauze ab. Äh. Ich bin mir sicher, wenn wir überhaupt nicht für das Gegner kommen, wenn wir nicht für das Gegner kommen, wenn wir nicht für das Gegner kommen. Ja, ja, ich habe jeder hier die Scheiße abgekriegt. Ziemlichstens habe ich diesmal noch Strom. Gibt es eigentlich eine Ambulanzwagen, um diese Pisse hier wegzumachen? Nö. Glaube ich. Ah, wenn du bauen kannst, dann ja auch wenn nicht, dann nicht. Ich habe keine Waffe übrig mehr, ich weiß es nicht. Oh. Luftunterstützung. Oh nein. Nein, ich bin nicht bei dem New Cannon. Badaladadam. Badaladadadam. Übrigens 2 haben 1 zu zerstören. Das waren Nummer 2. Ja. Ich habe die in meinem Teams. Okay. New Cannon. Ah. Team 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind Nummer 2. 2, jeweils 2. Da habe ich mal einen Strategie, so wie er verloren, ich denke mal ja. Und ich habe mehr viel verloren. Und ich kann keinen Ambulanzwagen bauen. Nö. Offensichtlich kann man die Strahlung noch nicht entfernen. So, ich feuere mal einfach in die Basis. Das sind so viele Nukleareaktionen. Ich weiß, die baut er immer dahin auf dieser Stelle. Ich glaube, dass diese Stelle ist verbuggt. Ja, es hat eine Bits, Alter. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Alter, diese Nukleareaktionen sind immer wieder aufgehabt. Cool. Das ist der coolste Sound ever. Ich liebe es. Achso, die Fixed Loungers sind nur für die vorherige Version. Die Fixed Loungers habe ich auch noch installiert. Was für... Formeln für Matte. Formeln für Matte? Ja. Plop. Ey, der Kampf war noch ein bisschen actionreicher. Wie ein Neuer. Da waren noch... Guck mal! Junge, was... Was hat der da gebaut? Ich weiß, dass es eine EMP-Boommer rauf. Ganz viel Merk. Kann ich gar nicht. Und guck mal, wie viele Einheiten da stehen. Wie viele Panzer sich da festgepackt haben. Come on, come on, come on, come on. Oh. Alter. Wie viele Panzer sind da gerade kaputt gegangen, Alter. Alter. 50... 50... Das muss auf jeden Fall so sein, dass der 2000 Kraftwerk gebaut hat. Das ist total richtig. Ist das der Nuklear-General? Sieht man das hier irgendwo? Hmm... Teng-Chi-Tao, ja. Es ist Nuklear-General. Okay, der hat wirklich einen Bug an der Stelle. Ist aber am Laser-General bei mir auch so gewesen. Ah, das ist bei jedem General so. Außer bei... Äh... Dings, glaube ich sogar. Okay, da kriege ich nicht. Den leck mich. Jetzt habe ich natürlich alles gewastet. Ja, wenn es neue gibt. Nifu, dann probier mal. Nifu ist noch online. Cool. Wie viel kostet das Camp? Sorry. Was kostet das? Nein, egal. Die, die es verstanden haben, die wissen schon, worauf hinaus soll. Nein. Egal. Egal. Die, die es verstanden haben, die wissen schon, was ich meine. War es schon. Ist das geil, wenn man jetzt irgendwo drei Raketen-Soldaten sind, einfach mit in die Hades feuern? Ich glaube, drei, vier Raketen und die sind tot. Also einer. Man sollte nicht über den Reaktoren stehen. Fliegen. Hä, wieso? Weiß nicht so meinst. Rein, du! Das hilft nichts gegen Hades. Hat das überhaupt was gebracht, die Flugzeuge? Nein. Aber normalerweise ja. Oh, Stunde null. Normalerweise ja. Ja, weil dieser, das... Diese Frenzy geht ja wegen... Ist ja das gleiche wie... Oh, das geht. Ja, das geht. Ich glaube, ich habe noch ECM-Tanks nicht mehr aufgelöst. Alter, wie schnell. Das ist aber ziemlich schnell, oder? Das geht schnell. Mit dem ECM. Oder vielleicht ist doch eins. Hat mir Bild. Mal gucken, welches besser ist. Ich würde erst jetzt schon aus. Probierst du gerade ECM mit Overlord oder so? Ja. Allgemein. Wo denn? Ja, da. Ja. Ich nehme jetzt hier mal einen neuen, neuen frischen. Schieß mal drauf. Oder? Ich nehme hier einen neuen. Wie so ein neuer. Einfach so. Das ist nur einer. Mit drei ist der fissend aus. Hauptsache das Ding benutzen von dem Tragflächenboot, ey. Voll die Disco-Laser, da. Flop. Schieß ja. Ja. Hört sich geil an, oder? Er ist halt der Zahn vom Proton-Kollider eigentlich, ne? Das schaffen die nie im Leben. Das schaffen die auch nicht. Deine kleinen Gatling-Panzer da. Außer die Mix da. 30.000. Du weißt, was das heißt. Wieso? Was heißt denn das? Ich werde jetzt Gatling-Panzer spämen. Wow. Ich probiere auch mal einen Bombenteppich zum Legen. Irgendwo noch irgendwas mit Raketen? Der Gegner? Ja. Alter. Ob ich endlich einer gucken wollen würde, Ich hab halt 1000 Comanjis. Ja, aber freundliche Raketen haben den nicht gehört. Der hat da nur noch Gatling-Mäder nicht. Ich kann mich ja noch so an eine Zähne erinnern, wo ich mal nie fürs Basis-Aussehen mit einer, mit einem Ding abgefeuert hab. Soll ich das mal machen? Ich weiß das nicht. Ich glaub hier so wäre eigentlich... Oder hier. Dann geht das halt aus, ne? Also das hier. Okay, nein. Ich bin mal heute nett. Und da ist das. Das labert der Junge da. Ich hab gerade mit meinen Zuschauern gerettet. Ach, du nimmst die Kacke auf. Ja. Dann seh ich ja, wie ich den an deinen Arsch rette. Geil. Ne, das schneid ich raus. Juhi. Ich hab dann auf einmal so einen Cut. Ab hier ist die Videobearbeitung... Ich meine natürlich, das Video ist leider fehlerhaft geworden. Ich werd da wegfliegen. Oh. Brudadam. Voll daneben. Hier ist das letzte Gebäude. Ich weiß. Aber ich wollte eigentlich noch einen EMP raufschmeißen. Mit dem war ich nicht richtig angekommen. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Musik. Aber die Musik hat am Ende sowieso gefehlt, glaube ich, ne? Die Gebäude! Die Units, Alter. Aber ich hab's schon wieder nicht angekommen. Ich muss mal... Ach. Ich jetzt immer so schnell wegmache. Ich glaube, das waren diese Gebäude... Diese Einheiten, die alle bei dieser Waffenfabrik standen, die die ganze Zeit verklumpt haben. Wie viele standen da? Das waren denn mehr als 90 Einheiten, die da standen? Nein, Nifers, gibt's keine neuen Fixed Launches. Ne, ich hab auch die alten genutzt. Naja, die neuen sind da schon mit drin, also... Bei dem Quick-Fix. Okay, warte mal. Wo ist das Geld? 424.000 WTF? Kann ich nicht. Overall... The last game I will be... So, aber jetzt ist das Video auf jeden Fall lang genug. Jetzt kann ich ja dann erstmal das Video beenden. Ja! Wir sehen uns im nächsten Video wieder. War doch eine schöne Runde als Ranger. Ja, wenn's jetzt Dark Souls 3 mit der Runde... Ranger. The game of Ranger.